Digga, wenn du das Auto gesehen hättest, hättest du gedacht, der ist tot. Also das Auto sah krass aus. Abu schreibt dir, Dudi meinte, es ist Koma und Barrello meinte so, rest in peace. Ja, Mann, ich weiß auch nicht, warum die Leute da so übertreiben. Also vielleicht haben die am Anfang, wo er abgeholt wurde und das Auto gesehen haben und bla bla bla, vielleicht haben die so vermutet, es ist schlimmer, aber einfach so rest in peace zu schreiben und so. Also ganz kurz, wie gesagt, ich bin gestern, wer war denn von euch gestern im Stream dabei? Ich bin gestern offline gegangen, kurz darauf, ich bin gerade auf. Meistens, wenn ich aufgegehe, gehe ich Küche sauber machen, mache hier ein bisschen Ordnung. Manchmal bin ich nur ein paar Stunden online, mache Arbeit, weil ich nach dem Stream direkt pennen gehe. Manchmal gehe ich mit dem Hund raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf und habe hier, ich kann zeitmäßig das jetzt nicht so krass zusammenfassen, aber so überblicken, aber irgendwann habe ich eine Nachricht bekommen, ich soll mich da schnell melden. Nein, das und das ist passiert. Und dann, genau, ich versuche gerade zusammenzukriegen, wer sich zuerst bei mir gemeldet hat. Aber es haben sich auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit wirklich super viele Leute bei mir gemeldet. Und ja, es war sehr schnell klar, dass sie dann einen Autounfall hat und die ersten, die sich gemeldet haben, haben natürlich, wussten nicht viel. Aber alle haben von einem sehr schweren Autounfall gesprochen in Essen. Ich bin ja in Düsseldorf, ich bin ja hier und ich habe so gedacht, okay, ich habe kein Auto gerade. Meine Autos sind in der Werkstatt, also GT ist in der Werkstatt, Tessi ist nicht aufgeladen genug, es schafft es da nicht bis dahin. Also habe ich kurz überlegt, schnell jemanden anzurufen, der mir ein Auto geben kann oder was weiß ich, im Notfall Taxi oder Uber oder irgendwas. Ich habe den Hund dabei und ich so kurz, ich denke so kurz nach und denke mir so, okay, ich rufe kurz meinen Bruder an, meinen anderen Bruder. Ich wusste, dass er in Essen ist und dann habe ich den angerufen und gesagt, ey, das und das ist passiert, kannst du das schnell checken, damit wir uns irgendwie so koordinieren. Und mein Bruder ist dann sofort ins Krankenhaus gefahren. Und es war auch Glück, er war gerade halbwegs mit Schuhen noch unterwegs und angezogen, halbwegs zu Hause angekommen. Der war also noch so in Bewegung, ist dann sofort ins Krankenhaus gefahren. Schon noch bevor er da war, haben mir schon aber andere geschrieben, die da waren, dass es ihn einigermaßen ansprechbar ist, dass nicht Wildes ist. Aber mein Bruder ist noch an dem Auto vorbeigefahren und hat mir gesagt später, Digga, wenn du das Auto gesehen hättest, hättest du gedacht, der ist tot. Gott, also das Auto sah krass aus. Also ich habe mir weder Bilder davon angeguckt, mir gar nichts davon angeguckt, weil ich das nicht so mir angucken will einfach. Aber er sagte, das sieht sehr, sehr krass aus. Aber er hat dann auch schnell mir gesagt, ey, alles gut. Er hat sich dann selber aus dem Krankenhaus entlassen, dann kam auch Polizei, weil die natürlich checken müssen, was Sache ist. Gut, so ja, alles andere. Ich meine, mehr kann ich euch ja eh nicht sagen. Der ist jetzt zu Hause und versucht klar zu kommen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich doch nicht. Lucky schreibt, wie geht's der Frau? Ey Bruder, ich wusste bis jetzt gerade nicht mal, dass eine Frau dabei war. Keine Ahnung, ihr fragt mich Sachen, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, ich war nicht in der Nähe, ich weiß es nicht. Der Szenar wird selber euch alles erzählen. Abu schreibt, der Dudie meinte ist Koma und Barrello meinte so Rest in Peace. Heute Morgen, also ich war natürlich dann die ganze Nacht wach und habe auf Neuigkeiten gewartet, so bis es dann so klar wurde. Dann heute Morgen, also was heißt heute Morgen? Ich bin mittags erst aufgewacht, ist ja eh mein Rhythmus. Boah, mein Handy war voll auch mit Freunden und Verwandten und so, die auch, also wirklich eine Menge Leute, die schon früh geschrieben haben, die auch nur die Scheiße aus dem Internet hatten und aus TikTok und auf TikTok. Bruder, ja Mann, ich weiß auch nicht, warum die Leute da so übertreiben. Also vielleicht haben die am Anfang, wo da abgeholt wurde und das Auto gesehen haben und bla bla bla, vielleicht haben die so vermutet, es ist schlimmer. Aber einfach so Rest in Peace zu schreiben und so, weiß ich nicht, Alter. Ich meine, ich kann es verstehen, die Nachrichten funktionieren auch nur noch mit Clickbait, TikTok funktioniert nur noch mit Clickbait. Ja, es ist Gott sei Dank nicht Schlimmeres passiert, das Auto ist platt. Ich weiß es aber nicht, ich habe, also, ich meine oftmals, ich hätte, ich hätte jetzt nicht, ich wäre nicht aus dem Krankenhaus gegangen, weil oftmals bei solchen Sachen, wenn du, hast du auch unsichtbare Schäden, die nicht gleich sichtbar sind, die nicht gleich erkennbar sind. Ich hätte, ich wäre jetzt nicht aus dem Krankenhaus gegangen, aber er hat sich selbst entlassen. Naja, ich meine, also Schleudertrauma und so, das ist alles nicht lustig. Das kann auch. Also, ich weiß auch nicht, wieso sie ihn so einfach gehen lassen, aber ich weiß es nicht. Also, das Auto ist wirklich wohl total platt. Ihr könnt googeln und das Foto finden, ich will es hier nicht zeigen. Ich habe gar keinen Bock, mir das anzugucken. Mein Bruder hat mir selber gesagt, also mein anderer Bruder hat mir selber gesagt, das Auto sieht nicht aus, als ob da einer lebend rauskommen ist. Vielleicht haben deswegen die Leute das so gedacht, keine Ahnung. Ich will auch niemandem was Schlechtes unterstellen, aber so RIP und so zu schreiben. Vielleicht sollten die Leute mal gucken, wer das schreibt. Naja, habe ich nicht. Crankfoot, hast du den Bericht von T-Online gesehen? Ich habe mir gar keine Berichte dazu angeguckt. Ja, also, dass das ein Straßenrennen war, können die nicht sagen, können die nicht schreiben. Medien könnten, wenn überhaupt, nur schreiben, vermutlich oder sowas. Es war kein Straßenrennen. Aber dass die Polizei vielleicht in alle Richtungen ermittelt und guckt, was passiert ist. Ja, ist normal. Manuel hat sich noch nicht distanziert, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Shoutout an Dschihad. Es war gestern total zufällig. Ich habe ja noch über Dschihad geredet, dass er sein Twitter, dass jemand unter seinen Namen Ausländer schlecht macht auf Twitter. Dann auf dem Nachhauseweg irgendwie, oder ich weiß nicht, ich war hier am Saubermachen, habe ich noch Manuel angeguckt auf Twitter. Ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, aber ich glaube, das hast du gepostet. Ich gucke, wie Manuel darüber redet, dass es ein Fake-Account gibt und AfD sogar darauf angesprochen ist, bla bla bla. Ich habe euch ja eh schon gesagt, das ist Quatsch, das würde keiner schreiben. Das würde sowieso kein normaler Mensch ausschreiben, nicht mal ein normaler Hater. Und während ich das gucke, ich weiß nicht mehr, ob Mock mir das geschrieben hat. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin wirklich, das war ein bisschen, das ging alles so schnell. Ich war auch ein bisschen, mein Herz hat auch so direkt den Hals. Deswegen erinnere ich mich jetzt gerade nicht, aber ich soll mich mal bei Dschihad melden. Es geht um Sinan, es ist sehr wichtig. Ich so, was ist mit Dschihad? So, ich zweimal in meinem Leben mit Dschihad telefoniert, so. Dann habe ich mir gedacht, okay, hast du, Abo, hast du mir geschrieben oder hast du Mock geschrieben und Mock hat es mir geschrieben? Aber egal, auf jeden Fall, irgendjemand hat, Mock, das soll dir aber ja, aber wer hat dir denn geschrieben, Abo? Ja, Dschihad von Manuel, sind Podcast, genau. Ja, dann habe ich den angerufen und dann hat er mir gesagt, hey Bro, das ist passiert, ich bin auch selber auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich bin selber auf dem Weg, er wusste nicht, wo es ist. Das Gute ist, du redest hier mit einem Experten. Ich kenne dieses Krankenhaus wie mein Kinderzimmer. Ich bin in diesem Krankenhaus aufgewachsen. Ich war vielleicht an jeder Position dieses Krankenhauses schon und da, wo der Sinan hingegang ist, da wurde ich auch schon operiert mehrmals. Der ist, ich habe denen gesagt, eine Minute. Da habe ich nochmal nachgeguckt, weil die ändern manchmal, aber das ist Hufelandstraße 55. Könnte ich mir eigentlich mal tätowieren. Ja, wenn, also natürlich ist Krankenhaus immer klar, Krupp, Uni, bla, er hat gesagt Uniklinikum. Da wusste ich natürlich Aufnahme, wo die Notaufnahme ist. Und die Notenaufnahmetür und das ist direkt am OPZ, Operationszentrum OPZ, da lag ich auch schon. Das ist, leider, leider ist das ja komplett meine Kindheit. Da habe ich meinem Bruder noch die Adresse geschrieben, so die genaue. Also es gibt, ich meine, du findest das in Essen, wenn du dich nicht auskennst. Aber du kommst dann am Eingang, dann musst du laufen, dann musst du parken. Du brauchst 30 Minuten, du wirst irre. Aber wenn du da, wie ich, so viel gelegen hast, kennst du einfach Wege und ganz schnelle Wege, die schnellen Wege. Und ja, die kennst du halt nur, wenn du da schon mal Patienten hast. Wie ich dem gesagt habe, alles klar, Fahrrufe, Land 55, dies, das, anders. Dann hat mich Gazian gerufen, dann das, das. Ja, also auch, ich meine, ja, interessant, also wild, Gott sei Dank nichts passiert. Und auch wieder positive, dass, wenn man was Positives darin sehen will, dass sich die Leute dann doch melden, wenn es ernst ist. Und ja, inkorrekt. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Leute blocken müssen, die sich da so lustig gemacht haben darüber. Aber Gagemel auch, richtiger Hund. Gagemel ist ja Abschaum, von dem habe ich nichts anderes erwartet. Richtiger Abschaum. Der fand schade, dass er nicht gestorben ist. Also ich, das ist, ich meine, was soll man dazu sagen? Adnan schreibt, Mois hat sich auch eklig geäußert zu Sinan Unfall. Echt? Ja, ja, gut. Ich meine, Mois, kannst du auch nicht ernst nehmen, oder? Der ist ja irre. Also ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, so einfach. Ich muss zum Beispiel sagen, gestern schreibt mir einer, ey, Mois online auf TikTok. Und ich gehe so, gucke die mir das mal kurz an. Und ich swipe so ein bisschen auf TikTok und sehe den dreimal live. Dreimal. Weißt du, was passiert? Die Leute nehmen sein live auf. Und ich weiß nicht, wie man das nennt. Adam, kennst du das Wort dafür? Es ist auch immer so, dass du es iShow Speed und so live siehst auf TikTok. Aber das ist quasi live. Also das war mal live. Aber die nehmen den Stream relifen, das, ich weiß nicht, ich glaube mit OBS oder so. Einfach nur, um Geld zu machen. Restream ist ja so, wenn du live bist, restreamen die das. Nee, das ist alt. Recycle live. So. Naja, egal. Auf jeden Fall will ich nur sagen, scheiß auf Mois, man. Der juckt mich gar nicht. Also mich juckt nur, dass es gut geht, dass alles gut ist. Alles andere juckt mich gar nicht. Ob so ein Abschaum wie Gargemil sein ganzes Leben basiert auf Sinan, was soll ich es eben sagen. Rerun nennt man das. Ja. Interessant. Ja, die haben doch total den Schaden, ey. Die Junge, die sind so krank, ne. Adam sagt, Mois lädt aber selber. Einmal für seine Schattendoppelgänger zum Streamen. Man nennt das Schattendoppelgänger. Das macht Mois selber immer, sagt Adam. Ja, okay. Jaja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja gut, also jemand schreibt im Chat, Vargo schreibt im Chat, die 22-Jährige wurde lediglich leicht verletzt und konnte nach der Betrachtung des Rettungsdienstes auch vor Ort entlassen werden. Also ich weiß nicht viel, aber ich denke, wir brauchen jetzt nicht das Thema so komplett durchkauen. Ich bin froh, dass nichts Wilderes passiert ist und alles andere, sobald der Sinan fit ist, als ob er nicht so schon, der wird doch so Hummeln haben, der wird doch nicht im Bett liegen können. Ja, der Bruder, eins, ja, ja, das meine ich ja, Gargamel, dieser sagt so, dass es geschauspielt hat, damit der so Mitleid bekommt und wünschte ihm noch so, dass der Unfall... Ja, ja, ich, ja, ich meine ich, ich pisse dein Gesicht, den Schuss auf den.